Etienne Fraad, du warst sehr eng in diesem Spiel, bis zum Schluss. Ihr habt jeden Tag den Match erlebt. Ich denke, dass wir wissen, dass er viel Energie im Stadion hat. Es war cool, um zu spielen. Es war ein Derby, sehr sehr. Ich denke, dass sie eine gute Saison haben. Ich denke, es ist schwierig, gegen sie zu spielen. Seine Gegen-Attacke sind immer sehr gefährlich. Wir haben einen Weg gefunden, um dieses Spiel zu gewinnen. Und diese drei Punkte sind sehr wichtig für uns. Was war am Schluss der Unterschied? Ja, vielleicht. Ich denke, dass wir viel Kontrolle des Pucks während des Jahres des Matches hatten. Das ist das, dass wir manchmal ein bisschen zu viel Risiko genommen haben. Ich denke, dass wir am Ende besser gespielt haben. Und dann haben wir in guten Momenten immer gemerkt. Und dann haben wir die Energie im Stadion immer noch ein bisschen in unsere Rolle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.